jo kanals herzlich willkommen auf dem kanal lp alente und das ist das angekündigungsvideo zu meinem neuen community projekt auf meinem kanal und vor allem mit euch heute und zwar hier will ich euch schon ein bisschen erklären worum es geht wie ihr mitmachen könnt und was wir hier vor haben und dafür habe ich mir gerade die sonne angeguckt sitze ich hier auf dieser bank mit einem hasen der ist läuft bei dir weil bei dem läuft und ja ich bin ja direkt am sporen auf unserem server lp alente.de und ja wir haben ein bisschen was eingerichtet also mit weil bei dem läuft und zwar ist hier so das schwarze brett hier kommen alle leuigkeiten da noch dran das ist erstmal die einführungstafel also ich lese das jetzt bevor jetzt kommt zur abende des community projekt da mit community meine ich natürlich euch ich kriege eine steam nachricht kann man mal machen noch eine und ich kann jetzt kein counterstrike zocken also das könnt ihr erstmal bauen was ihr wollt wir sind hier auf einer berg welt wo die berge extrem hoch sind hinten ist zufällig ein dorf aufgespawnt mit im berg das sieht richtig nice aus wer verbundene zeichen bauten oder anderes baut wird gebannt das ist sicher klar was man damit meint ja bitte geht nicht miteinander um das ist klar dann ich überspringe kurz man kann auf dem server kisten türen schilder und hopper sichern damit da keiner an euer eigentum rankommt da sind die comments auch da ja wie gesagt dass sie gesehen hat man kann sich auf treppen setzen da müsst ihr oben drauf klicken und theoretisch oder auch nicht setzt ihr euch dann auf diese treppe ich weiß gar nicht warum ich die ganze zenten links klick mache auch jetzt ist der hase weg gut dann was das erstmal mit läuft bei dir tschüss ja gut ja so funktioniert das mit home ist klar ja mit home man kann clans gründen ich kann einen chat schreiben da habt ihr zum Beispiel ad da habe ich einen clan erstellt der heißt jetzt ad mit woher könnt ihr da reinkommen ja das ist erstmal alles zum server wie gesagt wir haben so eine riesengroße ich glaube amplified map heißt das ja und jetzt geht zum zweiten punkt und zwar wie ihr mitmachen könnt und zwar habt ihr in der beschreibung ein google formular das heißt ihr könnt euch da einfach anmelden ihr braucht für google account und mit dem ja da beantwortet ihr die fragen und ihr kommt auf die white list der service gewaltestet damit nicht jeder bauer drauf trampeln kann und ja so könnt ihr eigentlich mitmachen wie gesagt ich bin fast 24 7 auf dem team speak lp-adente.de und da erreicht ihr mich dann auch falls es irgendwelche fragen oder irgendwelche beschwerden gibt und falls jetzt irgendwelche griefer gleich ankommen die denken boah geil die können wir was kaputt machen am arsch könnt ihr das sagen wir mal so wir haben sehr viele plugins ich habe viele teammitglieder hier auf dem server und ich sage mal so ihr seid schneller gewarnt als ihr gucken könnt aber ich hoffe das passiert nicht und ja dieses community projekt ist quasi für euch und für mich jetzt quasi als fortsetzung vom waro wo ich ja leider raus geflogen bin sehr traurig und ja wenn ihr bock drauf habt meldet euch einfach an könnt ihr mitzocken da gibt es eigentlich keine probleme ich denke jeder kann erstmal mitmachen gucken wie viele überhaupt sehr bock drauf haben und ja da würde ich euch natürlich über ein abo freuen oder eine bewertung auf das video ihr könnt auch irgendwelche plugin vorschläge noch in die kommentare schreiben und da würde ich sagen wir sehen uns in einem meiner nächsten videos und bis zum nächsten mal tschüss Bis zum nächsten mal tschüss Vielen Dank.